Mein Rekord ist 23 und deiner 2. Ich hatte gerade 12. Und der eigentliche Rekord ist 49. Und wie wir sehen, ist hier ein FIFA-Youtuber. FIFA-Youtuber. Ja, FIFA, das ist kein FIFA. Doch, das hat auch mit dem Fußball zu tun. Oh mein Gott. So Leute, wir sind jetzt im Zoo und sind auf der Suche nach Knus. Und er hilft mir dabei. Und wenn wir keine finden, bringe ich durch. Ich auch. Ich hätte gerne eins gegessen heute. Nein, die wären nur geliebt. So und ja, dann schauen wir mal und wir nehmen euch mit. Und gucken mal ein paar Tierchen an. Und ansonsten so. Ich habe einen Gorilla gesehen. Komm, da kann man runter. Wie sieht es sie? Die Leute, da waren da keine offen zu sehen. Doch, ja. Danke. Das hat doch mal einen dicken Booty, das könnte schon gut worken. Der hat den Booty von Mama. Ich bin willkommen. Ich bin willkommen. Ich bin willkommen. Und wie fühlt man sich? Gut. Booty, 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 Booty. Super Assi halt. Ja. Booty. Booty breeding membrane. Oh, records. Wo, wo, wo? Find ich jetzt so den Streit aus? Oh, guck mal. Das kuschelt denen. Und da kommt der nächste Arscher nach dem Kind. Guck mal, der sieht uns, der sieht uns da unten. Wir kommen den afrikanischen fours näher. Aber, ich will keine раст planes sehen. Die Arschlöcher sind alle draußen. Nein, ein Arschlöcher ist noch hier, aber die anderen Arschlöcher sind alle draußen. Der hat die gleichen Haare wie Du. Das ist ein beispielloses Gnu, was man so nicht jeden Tag sieht. Das ist doch das Arme, das ist das Hitler. Das ist Hitler. Das sind die besten Gottesanbeterinnen. Die fressen einfach die Männer, wenn sie ihren Dienst geleistet haben. Das ist voll gut. Das ist ökonomisch sehr gut. Wir sind schon seit 2 Stunden hier und haben immer noch keine Gnus gefunden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir sie im Aquarium finden. Das ist ja auch ein natürlicher Platz, wo es sich immer aufhalten. Ja, genau. Ich bin echt enttäuscht. Und wenn ihr wisst, von welchen Zoo es Gnus gibt und es sollen auch wirklich Gnus sein, keine Bullen oder sonst was, dann schreibt es in die Kommentare. Aber wir suchen trotzdem noch weiter. Auch keine Wiese oder sowas. Genau, es müssen Gnus sein, aber wir gucken trotzdem weiter. So, hier sind jetzt Zebras. Und die besten Freunde des Zebras sind Gnus. Aber wir sind keine Gnus. Guck mal, deine Hände passen mit meiner Frau rein. Keine Gnuss. Auch keine Gnuss. Keine Gnus! Ein absolut gesternes Paarungsverhalten. Der Fettsack regt sich auf, dass die zwei hier drüben rummachen. Und er will eigentlich auch die ganze Zeit rammeln. Das hören wir auch die ganze Zeit. Wie heißt der Fisch? Pungusfisch. Nein, Schwanzgesicht. Du musst dir erotisch aufmachen. Das war nicht erotisch. Das ist ja auch nicht. Mach du mal erotisch auf. So Leute, das war unser... Also das war der Vlog. Und leider haben wir keine Genuss gefunden. Wenn ihr wisst, in welchen Zoos es gibt, dann schreibt es in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, schaut bei ihm vorbei. Er ist unten verlinkt. Noch einmal Zoomers. Er spielt extrem geil FIFA. Schaut mal seinen Channel. Genau. Checkt mal seinen Channel ab. Lasst ein Abo da. Und dann sage ich danke, dass du hier warst. Und du Zeit genommen hast. Und weitere coole Videos zu geben. Danke für die Rundführung. Aber ich habe ja einen Klug gesehen. Weißt du? Ja, aber ich wollte auch mal andere Genuss sehen. Aber auf jeden Fall kommen noch nächste Woche oder übernächste Woche weitere coole Videos, die ich mir eben aufgenommen habe. Ja, und dann sage ich immer danke fürs Zuschauen. Ade mit E. Paschi. Paschi.